Hallo zusammen! Heute gibt es ein DM-Haul. Ich habe ganz viel gekauft. Ich war ja in letzter Zeit öfter mal beim DM, aber ich habe einfach immer nur ein paar Kleinigkeiten gekauft. Uns hat es sich einfach nie gelohnt, ein Video darüber zu machen. Aber jetzt hat bei uns ein neuer DM eröffnet und es gab 10% auf alles, also auf den gesamten Einkauf. Und wie konnte es anders sein? Natürlich habe ich zugeschlagen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich gekauft habe. Ich habe Food, ich habe ein bisschen Beauty, von allem ein bisschen und ich fange am besten mal an. So, das Erste, was ich gekauft habe, sind Dinkelwaffeln Natur. Ich habe gedacht, ich probiere die mal aus. Die haben 95 Cent gekostet. Dann habe ich mir gekauft einen Frühstücksbrei. Ich habe mich für den Haferbrei Früchte entschieden. Es gibt ja noch einen in Natur. Aber ich wollte den ja mal ausprobieren und der kostet knapp 3 Euro. Und dann habe ich mir nochmal Essen gekauft und zwar Dinkel Vollkorn Spaghetti. Ich finde die richtig lecker. Die sättigen gut und ja, kaufe ich eigentlich meistens bei DM, weil die haben da auch noch diese Spirellis. Die sind auch richtig lecker und kosten 1,99 Euro. Dann habe ich von Palmolive das Feel Good Duschgel. Riecht richtig toll. Also so frisch und ja, mehr muss ja eigentlich ein Duschgel nicht können. Dann habe ich gekauft einen Massagehandschuh, der knapp 2 Euro gekostet ist, von Ebelin, von der Hausmarke von DM. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man mal ein Peeling auftragen möchte und die Haut halt so ein bisschen peelen will, dann taucht es sicher ganz gut. Dann habe ich mir Berglinsen gekauft. Die sind so bräunlich und noch ein paar Rote sind dazwischen. Ich wollte mal wieder Linsen. Ich hatte es früher irgendwie gar... Also früher hat es mal meine Mutter ab und zu gemacht, aber ich hatte es jetzt schon ewig nicht mehr. Und deswegen habe ich mir mal wieder eine Packung gekauft. Dann nochmal zum Essen habe ich mir die Dinkel Hafer Crunches nachgekauft von Alnatura. Ich hatte die schon mal. Ich habe die auch noch im Dunkel, also mit Schokolade. Schmeckt auch richtig toll und die sind auch lecker, wenn man so Obst mit Joghurt isst und dann noch so ein bisschen Crunch oder so ein bisschen Topping möchte. Sind die echt ganz geeignet. Dann habe ich mir einen Eiweißriegel gekauft in der Sorte Banane Kakao Crispy Geschmack mit Zartbitterschokolade. Die sind von den Werten her gar nicht so schlecht und deswegen habe ich mir noch diesen in der Sorte Eiweiß-Vanille-Joghurt und dann noch in der Sorte Brownie auch noch mitgenommen. Ach, und dann nochmal einer in der Sorte nochmal Banane Kakao Crispy. Ja. Dann habe ich noch zwei normale Riegel und zwar einmal diesen Erdnuss-Krokant-Riegel von Alnatura. Kostet auch knapp einen Euro und dieser Amaranth-Zartbitter-Riegel, den esse ich total gerne, weil der schmeckt. Also wie halt gepuffter Amaranth und dann mit Schokolade überzogen. Richtig geil. Und dann auch noch mit Zartbitterschokolade. Also doppelt gut. Gerade schon bei den Riegeln sind, habe ich mir auch noch einen Molkeriegel in der Richtung Borbon-Vanille und so einen Mango-Dattel-Alnatura-Obst-Riegel. Ich fasse oft Riegel ab. Ich isse die immer zwischendurch, wenn ich Hunger habe und ich habe eh immer Hunger und ja, ganz nett. Dann habe ich mir gekauft Abschminktücher von dem Make-Up-Expert. Ich war immer ein bisschen zu geizig, weil die ja knapp 3 Euro eigentlich kosten. Und jetzt war ich heute im DM und sehe, dass die nur noch 1,35 Euro kosten. Und ich habe gedacht, hä? Ich habe von der Marke eigentlich nie so groß was gehört oder nicht viel gewusst. Bis ich mal im DM war und habe dann so einen Test, also so eine kleine Packung, wo ein Abschminktuch drin war. Und ich war so begeistert. Ich habe noch nie so gute Make-Up-Entfernungstücher. Mein Handy klingelt die ganze Zeit im Hintergrund. Noch nie so tolle Abschminktücher benutzt und die sind echt mega und haben jetzt nur 1,35 Euro gekostet. Also doppelt gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine andere Rezeptur ist, dass es günstiger ist, aber nicht schlimm. Dann habe ich mir gekauft drei Lip Liner. Und zwar sind die alle, nee, zwei von Essence. Einmal die Farbe Satin Morve. Ich bin ja so schlecht in so Aussprachsachen. Und dann noch von Essence die Farbe Wish Me A Rose. Ich mache die euch mal nebeneinander. So, also der rosa-rote ist Wish Me A Rose und der andere ist Satin Morve. Keine Ahnung, Entschuldigung. Und dann habe ich noch von Catrice einen Lip Liner, der sogar waterproof ist, also wasserfest, in der Farbe Vintage Rose. Und der ist ähnlich wie der erste, aber die Farbe gefällt mir am besten. Also Vintage Rose ist jetzt der hier. Und es ist schon so ein schönes Rosenholz irgendwie und gefällt mir sehr gut. Ich habe mir jetzt mal von Trended Up so einen matter Lipstick gekauft. Und ich habe gedacht, als ich ihn so auf der Hand aufgetragen habe, dass der mich voll an die Kylie Lip Dinger erinnert. An die Kylie Lipsticks da. Aber irgendwie, also aufgetragen sieht es nicht so schön aus, wie es so auf der Haut. Die Farbe heißt 0,45, aber sonst riecht gut und ist angenehm. Ich habe noch eine Lippenpflege gekauft. Die habe ich euch auch schon bei Facebook gezeigt oder bei Facebook gepostet. Und zwar von Be Natural. So eine Lippenpflege eben in der Richtung Mango. Und es riecht so irgendwie nach Minze, so ein bisschen erfrischend. Aber so ein bisschen auch nach Mango. Und ich liebe das Gefühl von dem auf den Lippen. Es ist einfach unbeschreiblich schön. Und die kosten auch so knapp 2 Euro. Dann habe ich mir gleich zweimal gekauft. Hier Bobby Pins oder wie man sie auch immer beschimpft. Ich habe jetzt allerdings nur gerade eine Packung zur Hand. Die andere liegt irgendwo da in den Tiefen der Tüte. Ich finde, die gehen halt immer. Also bei jedem DM-Einkauf muss einfach eine Packung mit, weil die verliert man einfach immer. Aber was erzähle ich es euch? Ja. Dann habe ich mir gekauft für meine Zahnspange. Zahnspangenreiniger. Also ich habe jetzt nicht so eine richtige Zahnspange. So eine Schiene, wo ich nachts reinmache. Und die muss natürlich auch gereinigt werden. Und deswegen habe ich mir die gekauft. Die kosten 4 Euro, 25 Euro oder 3,70 Euro. Auf jeden Fall finde ich die viel zu teuer. Aber naja, braucht man halt. Dann habe ich nochmal was zum Essen. Und zwar von DM Bio die Streichcreme in der Richtung Aubergine. Das ist glaube ich schon die vierte oder fünfte Streichcreme, die ich ausprobiere. Ich finde die so lecker. Die gehen einfach immer. Und ja, kosten auch um die 1,50 Euro. Also gar nicht teuer. Dann habe ich mir noch eine Maske gekauft. Und zwar habe ich die neulich gemacht. Was heißt neulich? Das war gestern oder vorgestern. Und zwar ist das die Peel-Off-Maske von Shadens. Ich habe die bei Snapchat live abgepeelt. Und ich fand das Hautgefühl danach so gut. Das haben mir gleich zwei Freundinnen geschrieben, dass sie die gar nicht gut finden. Und die, also dass sie voll trockene Haut hatten und voll rot waren. Aber ich fand die richtig gut. Also mir hat die so gut gefallen, dass ich sie mir gleich nochmal nachgekauft habe. Weil das Gefühl war einfach so haaa und meine Haut war danach so richtig entspannt und angenehm und schön. Und auch noch am nächsten Tag. Ja. Dann habe ich gekauft eine Dresdner, ein Dresdner Essenz Sprudelbart. Ich wollte schon immer mal ein Sprudelbart ausprobieren. Das hat auch knapp einen Euro gekostet. Ich sehe gerade, da kann man dran riechen. Ja. Also riecht gut. Okay, das ist jetzt die Sorte Sinnlichkeit und Wohlgefühl Limited Edition. Und das ist ja wohl mit Feige, so wie es aussieht. Ich bin gespannt. Ich bade nämlich sehr gern. Und dann habe ich noch eine Reinigungsmaske Porenverfeinernd von Shadens gekauft. Da sind jetzt zwei drin. Also ja. Und die kosten ja auch so halber Euro. Also so 50 Cent oder 70 Cent. So irgendwas um den Dreh rum. Wenn wir gerade bei Badesalzen sind, habe ich mir noch von Balea das belebende Bademoment mit Eukalyptus und Rosmarinduft. Ich habe gedacht, das ist sicher schön, wenn man mal krank ist und sowas. Oh ja, es riecht so richtig. Ja, dieses Eukalyptus ist es, glaube ich. Und es ist oft so, also bei meiner Oma, die hat halt so eine Creme und die riecht auch so nach Eukalyptus. Und das schmiert die sich immer hier drauf, wenn sie es halt so im Hals hat oder so in der Bronchien. Und das hilft dann immer bei ihr voll. Und das erinnert mich voll daran, weil es riecht halt so danach. Also so richtig nach so gesunden Kräutern oder so nach ich werde bald wieder gesund. Also richtig schön. Und dann habe ich noch tiefe Entspannung mit Orchideen und Vanilleduft mitgenommen, auch von Balea. Ich liebe ja Vanille. Und es riecht wie so ein Parfüm irgendwie. Also so richtig schön. Ja, und das sind riesen Lila, die Badeperns sehe ich hier gerade. Also sehr cool. Und dann habe ich mir jetzt nochmal diese Perfect Skin Kapseln von Shabins, dieses Beauty Konzentrat gekauft. Weil ich schaue bei Snapchat immer die Geschichte von Beautirella an und die schwärmt so von diesen Dingern. Und jetzt musste ich sie mir halt auch mal kaufen. Die glättet Fältchen, retuschiert Hautglanz, verfeinert die Poren und haben einen leichten Make-Up-Effekt. Also die sind so leicht bräunlich, wenn man das so sagen kann. Genau, dann habe ich ein Beauty Produkt gekauft und zwar die Blush Nudes Palette von Maybelline. Ich habe schon mal so eine Palette von Maybelline gekauft. Diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall finde ich die nicht so Burner, aber irgendwie wäre mir die Farbe so gut gefallen. Ich finde die richtig schön. Und deswegen habe ich mir die Palette jetzt halt gekauft. Die kostet ja auch nur 10 Euro, also von dem her kann man jetzt nicht wirklich viel falsch machen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, oder? Habt ihr die auch schon ausprobiert? Die gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, gell? Aber ich war natürlich mal wieder ein bisschen später dran als der Rest. Dann habe ich mir Haferflocken gekauft. Die ganz normale Dinkelflocken in der Richtung Feinblatt. Die gibt es ja grob und fein. Und ich finde die Fein eigentlich ganz fein. Ja, dann habe ich mir noch gekauft ein Cashew Cranberry Mix. Das sieht voll abgenutzt aus. Schaut mal, voll krass. Ich isse voll gern Cashews, ich isse voll gern Cranberries. Und deswegen habe ich mir den Pack mitgenommen. Wobei ich finde, dass Trockenfrüchte und so, das ist immer voll teuer. Also die haben jetzt, glaube ich, 3,40 gekostet. Ich finde das eigentlich echt teuer, aber Nüsse sind halt gesunde Fette. Und ich denke, deswegen ist halt auch, macht halt auch Aufwand. Die so, ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, Äpfel, wo man einfach vom Baum schütteln muss. Sondern, ja. Und dann habe ich mir auch noch Trockenfrüchte gekauft von Seeberger. Die Balance Fruits. Sonnenfruchtig süß. Das ist dieser bunte Mix. Den hat meine Mutter früher immer gekauft. Und ich fand ihn immer voll lecker. Und ich hatte das schon ewig nicht mehr. Die kosten auch knapp 3 Euro. Und sind aber alles so lecker. Und deswegen habe ich mir die mal wieder gekauft. Dann habe ich mir einen Tomatensaft gekauft. Ich hatte neulich mal Lust auf Tomatensaft, als ich bei DM war. Und habe mir den mitgenommen. Und der schmeckt so gut. Ich liebe Tomatensaft. Also der schmeckt richtig tomatig. Da sind auch 99% Tomate drin. Und ein bisschen mehr Salz. Also die sind richtig toll und lecker. Und optimal für zwischendurch. Wenn man so Bock hat auf sowas. Wow. Tomatensaft. Dann habe ich mir noch meinen gepufften, geliebten Amaranth gekauft. Und geht immer. Ich finde, der hat so ein leckerer Eigengeschmack. Das schmeckt mir einfach richtig gut zum Müsli. Und deswegen nachgekauft. Dann habe ich für meinen Bruder sein Duschgel mitgebracht. Das Power Refresh von Nivea. Das benutzt er immer. Und dann habe ich mir noch gekauft einen Saft von Rotbäckchen. Das kommt ja sogar schon in der Werbung, glaube ich. Wo die in die Pfützen springen. Und ich habe noch nie, noch nie so einen Rotbäckchensaft ausprobiert. Und deswegen habe ich mir jetzt diese kleine, süße, praktische Flasche gekauft. Ich habe jetzt Guter Start gekauft. Gut versorgt in den Tag. Mit 11 Vitaminen und Calcium. Ja, ich finde, das hört sich einfach mal nett an. Zum Ausprobieren hat es knapp einen Euro gekostet. Und ich bin mal gespannt, wie das so schmeckt. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Produkt. Und zwar Abenteuerlust von DM mit Pfirsich- und Wasserlinien-Duft. Und es riecht richtig erfrischend. Also voll lecker. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Es sah auch ganz schön aus von der Verpackung her. Und da hat man bei mir ja schon fast gewonnen. Und das war es mit meinem DM-Einkauf. Das waren 65 Euro, die ich da liegen lassen habe. Ganz schön viel Geld. Und wenn man sich mal so umschaut, eigentlich ist es nur unnötiges Zeug. Was man eigentlich nicht braucht. Nicht unbedingt braucht. Aber Essen, Essen braucht man. Naja, okay. Also ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Oder einen schönen Abend. Oder was auch immer ihr noch so vorhabt. Und bedanke mich fürs Zusehen. Und franzel mich jetzt davon. Schön, dass ihr zugeschaut habt.